Wir heißen Sie herzlich willkommen im Hotel-Restaurant Löwen mit Gästehaus in Süßen. Übernachten Sie in einem unserer gemütlichen 34 Einzel- oder 16 Doppelzimmer und beginnen Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück. Relaxen und entspannen Sie in unserem Wellnessbereich mit klassischer finnischer Sauna, Solarium und orientalischem Dampfbad. Für Feste aller Art stehen Ihnen sieben Räume für Veranstaltungen bis zu 150 Personen zur Verfügung. Äußerst beliebt sind unsere Kindergeburtstage in einer unserer beiden Kegelbahnen. Seminar- und Konferenzteilnehmer nutzen die bis zu 50 Personen fassenden und mit modernster Tagungstechnik ausgestatteten Räume. Dazu lädt unsere Küche zu heimischen und internationalen Spezialitäten ein. Vom deftigen Vesper über schmackhafte vegetarische Speisen bis zu köstlichen Wild- und Fischspezialitäten. Hotel-Restaurant Löwen. Das Haus der schwäbischen Gastlichkeit.